Einen... Einen gebe ich noch. Ich bin so schlecht. Ich quitt. Der schreibt halt die Fresse. Was ist denn das für einer? So, wo gehen wir? Ja, so wie immer da durch. B und Glitz-Go. B klingt gut, B ist ein guter Call, ja. Wird wieder run and gunned jetzt gleich von mir. Entweder ich bin... ...empfangens... ...der erscheint er. Mit Nadine. Ah, da haben wir auch wieder einen, der mit der EP ordentlich hin geschwitzt hat, an der letzten Zeit. Der mit so einem Juan-Dig, und der ist vorbei die Geschichte. Jetzt ist der Zeit. Ich komme jetzt hier mit der Kalil alles runtergesprungen und kippe uns noch beide. Die Balls hat er nicht. Gut, er hat Granate zuerst. Ah! Ja! Ja, krass! Äh! Ah! Das ist den Time to Shine. Versuch, ich darf nicht Snacken, der Shotgun. Was? Schockgun, der hat er die... Er hat er als zweiter für den Shotgun. Ist der jetzt hintergelaufen? Nein, nein. Er ist der noch dahinter. Ganz sicher. Boah! Der hat die weg. Der haut dann direkt seine Eier im Mund. Ja, aber was war jetzt das für ein Dreckstiming? Er hat mich nicht gesehen. Hat der meinen Schatten irgendwie gesehen oder so? Dass der gewusst hat, dass ich... Das kannst du ja sehen. Das weiss ich jetzt gar nicht. Boah! Hat's mich jetzt gelupft, hey! Ja. Oder vielleicht kann er noch durch die Wand sein, oder das wäre in dem Spiel ja nichts Neues. Nein, das... Das ist in Counter-Strike nicht möglich. Sonst ist er sogar In-Game-Kit vorgebracht. Wochen noch. Das war einfach ein Bug. Oh, nice! Ja, da hast du es. Der eine ist auch hinter der Kiste. Ich hab... Da waren wir gekittet. Oh! Er tut dich so weg gleich. Oh, zwei Jets! Ja, aber nimm doch die Glocke in die Hand und nicht die Uhren Scout! Ah! Ah! Weißt du, wie mit einer... Mit so einer Waffe einfach ein Double Headshot nichts wird? Das ist so elendig. Denk dir, wie es ist. Lippe den Schippe. Jetzt machen wir die anderen Taktiken einfach. Er ist schon vor... Ja, der AWP steht auf der Kiste drauf. Oh. Oh, schwanke. Lust der Jugend. Ah! Da war ich doch drauf. Ich hab Widzanen sie im Grunde genommen. So. Der hatte jetzt die... Jetzt hat er über die Hand geknekt. ICH T avenue, bläblim.. Und da hat der andere Winkel, ja. Vergiss es, der holt dich. Was für ein crazy Sniper. Meckt einen im Renner. Jetzt musst du bitte mit irgendwas vollautomatischem vorgehen, weil sonst gönnen wir das Ding nicht. Da ist noch... Das ist der Säge Scout Luft, cool. Irgendwann ist da close. Ja. Ah! Ah, danke. Gute Calls von mir. Ah, er geht mir im Vorbeirenner mit der Diegel geht da mal an. Ah. Ich könnte schon wieder. Ah, ich könnte schon wieder. Ah, ich könnte schon wieder. Der Philippa Cox, ich bin so 10, Alter. Fick mein Leben. Ja gut. Wenn wir als Scout wieder raus holen. Sonst nix. Jetzt ganz was will ich sagen wir mal. Mal schauen, ob sie das checken. Die kennen gar nicht den Sound, wenn einer von oben kommt, oder? Ja. Ja. Jetzt ist offensiv mit der AWP hingangen. Ja. Die haben beide AWP, weißt du. Ah ja. Aber es war keine blöde Idee, wenn wir beide mitkommen. Was heißt offensiv? Ja. Offensiver, wie es nicht anders geht. Mhm. Du musst springen. Meins. Ja. Ich mach' den D-Wack. Ich hab' den D-Wack und den D-Wack. Ich schraube den E-Wack. Nein! Jetzt stand sie bei der Mitte, oder wie? An Süden. Ich schreibe eine Grenade. Warte, ich habe ihn. Ah, Mann. Ah, ja. Er fliebt, er guckt, sie wird einfach alles. Ja, dieses Mal haben wir mehr Runden gemacht. Hat sie jetzt wieder an Mordsgeschwag gemacht. Aber, ja. Verdikt, dass die da wegkommen. Dass sie wegkommen, du bist ein richtiger Genius, ein richtiger Analyst. Ich sehe wirklich eine Treppe, guck. Die kommen bei der Mitte. Jetzt ist auch noch nichts. Ich weiß nicht, ist das wieder... Die warten dafür wieder, oder was? Da hast du einen Dreck. Ah, der vorne ist da rechts, außen. Er ist zurück... Boah, Scheiße, what the fuck? Wir brauchen einen Dägel, oder? Oder... Wir müssen einen Dägel hervorheben. Wir wollen die Dägel hervorheben. Ich hatte einen Dägel, wenn wir sie nicht noch nicht hervorheben. ... Ah, beide bei mir auf der Karte. Ah, beide bei mir auf der Karte. Ich denke, ich werde sich da jetzt hinter mir verstecken. Mag ich schon fahren? Oh, das ist gut. Ob ich. Ich probiere von hinten zu kommen. Ja. Wenn sie noch den Schach geben kannst. Hast du noch Flashes? Ja, er kann alles. Ja, ich wusste, wer ich. Ich bin beide schon voll mit vorne gesehen. Ja. Natürlich ist der Planten durchgegangen, oder? Hm. Ich will die scheisse Karte haben. Ja. Nein, nein. Du brauchst doch kein AK, du bist der Beste. Boah. 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 Ja. Wie eigentlich die AK aufnehmen. Weil wir wollten mit der Vela eigentlich zweimal einen Fake defuse machen. Push, push, push. Ich dachte, auch der Kollege hat jetzt gesehen, dass es eh ist. Komm, sie rushen mir halt wieder im Rennen mit der AK. Ja, boah. Was ist alles? Der Filippo Casabuzzi. Ja, ja, ja. Ja, tipp. Zufällig, dort ist irgendwie langsam. So. Mitte. Da kommen wir wieder bei dir, oder? Du lügst, ja. Oh fuck. Ja, da ist es gerade in der Mitte. Sorry. Du, ich habe die beste Waffe dafür. Ja, gg. Oh fuck. Immerhin hast du 100% Headshotquote. Nch. Oder? Ja, danke. dificil importe. Das ist sicher für dieses Mal.